Ja, willkommen zu Tiny Dice Dungeon. Wir hatten ja schon mal eine Runde angezockt, das Video könnt ihr auch gerne nochmal angucken. Das hat aber so viel Potenzial, da dachte ich mir, hey, das können wir direkt nochmal machen. Ja, ich habe natürlich in der Zeit schon ein bisschen weiter gespielt. Und ja, mein aktueller Stand, ich bin in einem neuen Questgebiet. Und in dem Questgebiet haben wir natürlich noch ein paar neue Monster gefangen und und und. Wir machen direkt, während ich hier quatsche, direkt mal noch die nächste Quest. Ja. Ah ja, was ist das denn? Da kämpfen wir gegen so eine Art Pikachu und gegen eine Medaille. Ist ja unglaublich. Ja, also teilweise kann man nicht erkennen, was hier was sein soll. Aber, yeah, guckt euch das an. Aber es macht trotzdem eine Menge Spaß, vor allem diese nicht zu erkennenden Viecher einzufangen. Ja, mittlerweile habe ich auch fast die komplette Stadt freigeschaltet. So. Ah. Das Spiel, das drängt einen nahezu dazu, einfach weiterzumachen. Man will würfeln, man will würfeln. Weil das Schöne ist, wenn wir jetzt würfeln, erkennen wir ja auch hier an der Seite, ähm, diese Stapel. Wie jetzt, weil ich zack, jetzt haben wir drei, vier. Und ab dem fünften gibt es nämlich extra mehr Geld. So, und jetzt willst du unbedingt nochmal machen. Und hast deine Eins gewürfelt. Das ist einfach unfassbar scheiße. So, ooooh. Gut. Ich habe anscheinend Pesch geskillt. Ja, ich habe jetzt übrigens auch einen neuen Würfel, wie man erkennen kann. Ähm, der Würfel... Na, du kannst da... Dieser Würfel, der würfelt nur eins und zwei. Bei eins passiert nix, bei zwei hat man dann doppelte ATK. So, jetzt haben wir hier Geld. Wenn wir jetzt angreifen, bekommen wir nämlich hier viel mehr Münzen. Nee. Yeah. Und doppelte ATK. Von diesem einen Wurf das langt, um die Gegner zu zerstören. Äh, wir brauchen jetzt nicht zwingend mehr Geld, von daher ist das total egal. Und Dungeon Area 2. Jo. Drei Gegner, schaffen wir das? Es wird sehr schwer. Na, das... Ja, so wird es definitiv schwer. Komm, und jetzt fünf, zwei, drei, vier und... Yeah. Wie viele haben wir? 21. Hm, sechs, yeah. Und sieben, yeah. Und... Oh, 30. Und... Hm, na. Jetzt wollte ich da in der Tat probieren, ein Gegner direkt mit meinem Minivie kaputt zu machen. Ja. Ich hätte es mal sein lassen sollen. Man kann ja immerhin nicht alles haben, ne? Merkt euch das für die Zukunft. Yeah. 4, 4. Wird erschangen, falls sie multipliziert und direkt nochmal doppel der ATK. 32, komm, eins geht noch. Wunderbar. 28, jetzt fährt man erstmal hier so ein Vieh weg. Wunderbar. Die Musik ist auch so dramatisch. Das ist einfach unglaublich. Oh. Warum habe ich mir dieses Tier gefangen? Das ist ja nur Miss, 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 Miss. Komm, Mist, Leute. Mist, Mist, Mist. Ich hatte schon einen Bosskampf. Da hatten beide meiner Figuren nur noch ein HP. Oh, das Tier ist unglaublich schlecht. Egal. Hatten beide meiner Figuren nur noch ein HP. Und ich habe es trotzdem noch geschafft. Also, der Boss hat dann auch noch ein bisschen rumgemisst und, und, und. Nein, jetzt habe ich natürlich ein Vieh verloren. Ich belebe es wieder. Hier haben wir noch ein paar Phoenix-Federn. So. ATK 18. Na, ich treffe aber auch gerade nichts. Unfassbar. Hier, komm, du machst jetzt 5 und egal. Ja, das zum Thema. Du machst jetzt 5. Biu. Ich sollte klein anfangen. Zack, zack, zack. 14. Es bringt aber nichts. Na, den. Ja. Also, wenn ihr das Spiel ausspielt und ihr habt genauso viel Pech wie ich gerade, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, komm, wir können jetzt einfach mal an. Der Kampf kann ja nicht ewig dauern. Und außerdem will ich neue Würfel haben. Ich brauche Stücke, Würfel, Stücke. Wir haben nämlich jetzt auch schon die Möglichkeit, Würfelstücke zu crashen, neue herzustellen. Das ist nicht klar, oder? Ja, neue herzustellen. Wir haben auch die Möglichkeit, neue zu craften. Nein. Immer wieder gleich. Ich habe das Gefühl, das ist gerade von dem Spiel so gewollt. Kann das sein? Hier, komm. Jetzt. Jetzt wird eins. Nein, jetzt. Oh. So, jetzt machen wir kaputt. Ach, 21. Jetzt. Ja, 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 ja. Und. Bum. Komm, noch einmal geht's. Ja, komm, noch mal geht's. Wunderbar. Und jetzt machen wir kaputt. Endlich war es nützlich. Und hier unten haben wir einen Würfelteil bekommen. Mit dem Teil, was wir gerade eingesammelt haben, können wir zum Beispiel einen weiteren Würfel craften, wenn wir genug haben. Und da stirbt das Tier schon wieder. Komm, das überspringen wir uns einfach mal. Habe ich jetzt vergessen, meinen zweiten Würfel zu würfeln? Ja, ne? Dramatisch. Die machen aber auch einen Schaden. Ah. Kann ich gleich den nächsten wieder beleben? 24, das reicht nicht aus. Ich muss jetzt. 29, das reicht aus. Ei, 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 Leute. Ich dachte, ich bin gut. Der hat noch zwei AP und jetzt kommen auch noch mehr. Ich dachte, der Boss kommt schon. Da kommt doch noch ein Boss irgendwann. Ja, da kommt noch ein Boss. Das böse Bossi-Monster. So, komm, machen wir uns schon mal einen ersten kaputt. Ja. Damit habe ich mich sogar ein bisschen geheilt, weil wenn man zwei Doppelte hat, heilt man sich. Ist ja logisch. Nein, ist es nicht, aber... Ach, komm, wir machen. So, okay. Da hat er wieder gemisst. Jetzt haben wir die Chance, endlich das Ganze zu gewinnen, wenn jetzt kein Eins kommt. Und 25, yes. Gut gemacht, Leute. Schön, dass ihr mich so supportet. Dim, 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 Boss Battle. Da kommt das einäugige Boss-Monster. Es will uns beobachten, doch wir geben ihm keine Chance zu beobachten. Und da haben wir sechs und sechs und nochmal zwei. Das ist einfach... Das hat man nicht so oft im Spiel. Und ich versau's. So, 26 Schaden. Komm, das lassen wir jetzt erstmal dem Monster tief zu spüren geben. Und da muss ja noch ein bisschen was. Und noch einmal. Und jetzt. Ja. Und... Jetzt hab ich dreimal durchgemacht und ich hab immer noch nur 26 Damage. So krieg ich den Boss vielleicht in drei Jahren kaputt. Naja, besser als gar nicht, ne? Würd ich sagen. Tuck, 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 tuck. Ja, tuck, tuck, tuck. Der Boss heilt sich wieder. Schön, bam. Und macht mich kaputt. So. Wir beleben meine Kreatur wieder. Müssen wir ja. Aber ich seh schon, das war völlig für umsonst. Ja, ja, 1980, ja, ist kein Thema. Und er heilt sich wieder um 10. Das ist ja... So, jetzt müssen wir mit einer Attacke... Gewinnen lassen. Ha, ha, hab ich gemisst. Es ist meine Zeit. Du bist vorbei. Ja. Du bist nicht vorbei. Jetzt kannst du mich töten. Wir sind ja gezwungen, gegen den zu kämpfen. Der ist viel zu stark. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können einfach nochmal ein älteres Level spielen. Aber das ist ja auch langweilig für euch, ne? Ne, wir müssen uns der Gefahr stellen. Wir stellen uns der Gefahr. Wir müssen das einäugige Mega-Monster Klubschi-Bubschi besiegen. Zumal wir haben ja auch so einen Klubschi-Bubschi. Nein! Nein! Das funktioniert nicht, das Level. Das ist ein Bug. Da ist definitiv ein Bug im Spiel. Das kann ja nicht sein. Nein! Machen Sie mich kaputt. Hier! Ja! Geht es mit einem Brummen dahin. Und versinkt in Schande, weil es gegen mich... gegen mich, den Misser Nummer 1. Verloren hat. Yo! Komm, miss, 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 nein. Du sollst mich missen. Hier kommen genug Gegner. 24 langt. Weg mit dir. Ciao, ciao! Well. Next one. So, attackieren wir zuerst Chile. Ne, hä? Ach, habe ich jetzt mit 5 ATK angegriffen? Ne, ist ja wunderbar. Effektives Gegner auch vernichten, würde ich sagen. Naja, 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 naja. Amtsache, die Musik ist gerade ziemlich angenehm und... Äh, ich hole hier drei schon wieder das nächste Monster. Ja, komm schon. Und, ja, 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 das Glück hat mich komplett verlassen. Ja, was soll ich denn da noch gegen machen? Komm, noch einmal wenigstens. Ja, komm, mach deine 5 Schaden. Du stirbst jetzt sowieso. Ja, 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 ja. Und, und noch so eine Tour. Zack, zack, zack. 23 Damage hat langt, um gelbes Medaille kaputt zu mach' ich. Yeah. So, Chile-Kopf. Ich hoffe, du hast Angst gegen mich, gegen deinen Master zu kämpfen, wie wir es eh verlieren. Ja, du bist Mist. Du bist Mist. Yes. Nein, komm, noch ein. Nein. Ich bin Mist. Komm, du machst jetzt deine 5. Du machst jetzt deine 5. Ich hab sogar 6 gemacht. Hätte auch in die Hose gehen können, aber rein in der Theorie hätte ich jetzt so oder so nochmal... Ach, Gott. Nein, ich hab tief abgedrückt. Hat aber nicht gemacht. Jut. Ein Glück, dass mein Charakter nicht aufgibt. So. Da kommt noch eine Medaille. Warum kommt jetzt nur eine? Oh. Soll ich es riskieren? Nein, ich riskiere es nicht. Nächste Runde ist auch noch Zeit. Jetzt hat er schon mal 6 HP weniger. Und er misst. Zack, 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 zack. Knall weg. Yeah. Yeah, 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 yeah. I'm your Master of Disaster. Ich hab noch voller HP mehr als N-Boss, mehr als N-Boss, mehr als N-Boss, mehr als N-Boss. Yeah. Und da knall ich den Boss schon mal 36 Damage weg. Und er kann sie nicht mehr wiederholen, außer indem er sich wieder komplett hoheilt. Yo, man. Hier, 4-4 und leider noch eins. Komm, da geht noch eins. Ja. Bäm, dann knall ich ihn jetzt weg. Wunderbar. Und er misst. Unglaublich. Die Runde vor uns war so schwer. Und jetzt knall ich ihm einfach einen Grund um den Boden. Da metzele ich ihm seine dünnen Beinchen weg. Yo. Und er misst. Er ist eingeschüchtert. Er hat keine Chance mehr. Er hat keine Chance mehr. Ja. Komm. Na, 27. Komm. Das probieren wir noch zu multiplizieren. Und greifen an. Yeah. So. Ach, wie süß. Jetzt geht er auf Nummer sicher und macht gar nichts mehr. Oh. Der Arme. Ah. Okay, komm. Nächste Runde ist er dann kaputt. Ich geh jetzt auf Nummer sicher. Er kann mich jetzt eh nicht töten in der kurzen Zeit. Ah, ich will auch so einen Healwürfel haben. Die sind ja echt unglaublich schön, ne? Damit kann man Wunder bewirken. Oh, 18 Damage. Langt auf dem Punkt, genau. Haben wir ihn kaputt gemacht. Yeah. Da fällt er unter dem Mondschein. Woow. Coins mal 314. Chess Cheat. I open all chests. Hups. Ja, das war der, äh, kaufe bitte jetzt sofort Coins in PC. Der kommt nämlich immer noch angeblich ein einziges Mal. Das ist die Chance. Und, 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 ne? Labert einen so ein bisschen schräg von der Seite an. Meint, ja, wenn dir jetzt nicht kaust, dann kriegst du nie wieder so ein Angebot. Ja, Arschlecken. Da ist er jetzt das zweite Mal gekommen. So. Okay. Ja, hier haben wir jetzt unsere Monstersammlung. Ja, ich würde sagen, das war's mal wieder mit dieser Runde. Aber ich denke mal, da kommt noch eine, weil das macht Spaß. Das macht einfach nur Spaß. Dann, bis die Tage, Leute. Tschüssi. Ja.